Hallo, ich bin der Oliver von Gitarrenunterricht.ch und heute geht es darum, einen Akkord, ganz genau einen C-Dur-Akkord auf das Gitarrengriffbrett zu übertragen und das theoretisch praktisch wirklich zu verstehen. Die Gitarre ist nicht dafür bekannt, theoretisch übersichtlich zu sein. Im Gegenteil, es ist wirklich relativ schwierig im Gegensatz zu einem Piano. Was wir heute machen, wir schauen noch ganz kurz, ein Review eine Minute, C-Dur-Akkord wie aufgebaut, wie passiert das. Wir übertragen ihn auf ein Keyboard, eine Tastatur, eines Pianos und dann auch auf verschiedene Arten und Weisen auf das Gitarrengriffbrett und das bringt dich dann ein bisschen näher zum Verständnis, wie dieses Instrument aufgebaut ist. Okay, beginnen wir. Hier eine kurze Erklärung, was du siehst, sehr viel, leider. Man könnte das ein bisschen vergrössern auch und was uns interessiert, ist eigentlich dieser Akkord hier oben. Das ist eben der C-Dur-Akkord. Und hier unten siehst du, aus welchen Tönen besteht der. Und da sehen wir, der besteht eigentlich aus einem C. Ja, der C-Dur-Akkord fängt mit einem C an, in der Regel. Es gibt Ausnahmen, Umkehrungen etc. spielt keine Rolle hier. Dann hier haben wir ein E und ein G. Das heisst also, wenn du ein C, E und G spielst, da hast du in einer Form einen C-Dur-Dreiklang. Warum drei? Drei verschiedene Töne. Vier Klänge hätten dann noch einen mehr, zum Beispiel ein B obendran noch. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Das siehst du ja auch da nebendran, dass es da eben noch diese vier Klänge gibt. Allgemein zum Aufbau von drei Klängen ist klar, vielleicht weisst du das ja schon. Du hast eben diesen Grundton bei C-Dur-C und du gehst eins, zwei, drei, vier Halbtonschritte, vier Bünde oder vier Tastenschritte auf deinem Piano hoch und dann gehst du nochmals von diesem Ton, dem E, dann einfach eins, zwei, drei hoch und dann kommst du auf den dritten Ton, das G, oben. Genau, das gibt einen Dur-Akkord. Wenn du das gleiche Moll-Akkord machst, siehst du da drüben, hast du da auch ein C, gehst eben mal drei hoch und dann gehst du eins, zwei, drei, vier hoch und dann gibt das halt hier einen anderen Ton, ein S, so englisch E-Flat. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Wir wissen jetzt und das müssen wir uns merken, dass das einzige ein C-Dur-Dreiklang besteht aus den drei Tönen C, E und G. Was wir tun im nächsten Schritt ist einfach, wir übertragen diese drei Töne auf eine Klaviatur. Machen wir das mal, das ist kein Problem. Vielleicht kennst du das ja, du hast ja diese zwei und drei schwarzen Tasten und immer links von diesen zwei schwarzen Tasten hier, hast du ein C. Und das spielt eigentlich gar keine Rolle, wo du das machst. Das ist ja hier und hier und das C, das findest du auch hier, das C findest du hier und ja, das war's schon. Jetzt würden wir da raufzählen, also eine C-Dur-Tonleiter, haben wir C, D, E, F, G. Und wir stellen einfach fest, ja wunderbar, wir haben hier ein C, E, G. Also jede zweite weisse Taste, angefangen vom C aus, können wir einfach drücken. Das ist natürlich super. Gut, wenn wir das jetzt verschieben möchten, einen anderen Ort, das ist wirklich kein Aufwand auf dem Instrument, da oben C, E, G. Oder möchtest du gerne unten, C, E, G. Und so kannst du eigentlich ganz einfach drei Klänge auf eine Pianotastatur übertragen. Ich behaupte auch, mit diesem System könntest du in einer Lektion quasi zehn, zwanzig oder alle drei Klänge lernen, weil es eben so logisch ist. Das ist auf einer Gitarre nicht denkbar. Zur Ergänzung für die etwas Fortgeschritteneren. Klar, es gibt Umkehrungen. Du könntest sagen, ja, ich muss ja mein C nicht da unten spielen, sondern könnte es da oben spielen. Und dann spricht man eben von Umkehrungen, das wäre die erste Umkehrung. Oder wenn du dieses E hier auch oktavierst, sagt man das, eine Oktave nach oben bringst, dann hast du das E hier, das E unten würden wir dann verlieren. Und dann haben wir nochmals eine Umkehrung, das wäre die zweite Umkehrung. Das ist aber am Rand erwähnt, nicht so wichtig im Moment. Jetzt, ihr Armen, wenn du immer noch dabei bist, jetzt kommt es auf die Gitarre abgebildet. Okay, und hier sind wir schon. Hast du schon Kopfschmerzen, wenn du das siehst? Okay, machen wir das ganz einfach. Wir suchen Cs, Es und Gs. Und das mache ich gerade hier für dich, indem ich sage, ah, da unten, auf der A-Seite, dritter Bund, habe ich ja ein C, netterweise. Fast nebenan hier, auf der D-Seite zweiter Bund ein E und die leere G-Seite ist ja ein G. Und dann haben wir hier auf der H- oder B-Seite ein C wieder. Und wir haben oben ein E. Irritierend ist jetzt, dass wir gewisse Noten doppelt haben. Warum ist das so? Ja, wir Gitarristen möchten gerne schrummen können über Gitarre. Und wenn ich jetzt nur das untere C, E, G nehmen würde, dann kann ich ja nicht über alle Saiten schrumpfen. Und das ist auch typisch Gitarre jetzt, dass wir halt manchmal, wir haben einen Dreiklang, und wir verwenden vier, fünf oder sechs Saiten, hier fünf, und da haben wir halt gewisse Töne verdoppelt, wie wir das E halt verdoppelt haben oder das C auch verdoppelt haben. Das G kommt nur einmal hier vor. Gut, gehen wir da ein bisschen zurück, dass wir die Übersichtlichkeit nicht ganz verlieren. Jawohl, das ist eine Möglichkeit, wie du ein C-Dur-Akkord spielen könntest. Wahrscheinlich deine erste Möglichkeit, die du gelernt hast auf dem Instrument, den du das schon kannst. Jetzt gehen wir doch weiter und sagen, ja, was könnten wir dann noch machen? Es muss ja noch mehr Cs, Es und Gs geben. Wo sind die nächsten? Machen wir das mal hier in roter Farbe. Ich verwende wieder dieses C, dasselbe, und dann oben ein G, und dann ein C, ein E und ein G. Diejenigen, die von euch Barre-Akkorde kennen, jetzt erkennt ihr das. Aha, das ist der Barre-Finger, der geht hier durch. Das hier spielen wir jetzt mal nicht. Man könnte theoretisch, sollte man prinzipiell am Anfang nicht machen, wenn du nicht weisst, warum nicht. Egal im Moment, aber der unterste Ton im C-Dur ist per Default sozusagen ein C-Ton. Was du hier siehst, der Unterschied ist, zwischen dem C und G fehlt uns ein E. Warum machen wir das? Ja, ich als Gitarrist kann dieses E hier oben nicht spielen. Es befindet sich ja auf der gleichen Seite wie das C. Also ich würde mit diesem E hier, würde ich das untere C einfach abdecken, hätte keine Wirkung mehr. Und das heisst also, es gibt verschiedene Voicings, das heisst verschiedene Anordnungen der Töne. Währenddem wir da unten ein Voicing haben, das quasi geschlossen ist, kommt nach dem Alphabet C, E, G, C, E, G etc., haben wir da oben ein Drop Voicing. Das muss ihr nicht merken jetzt, aber wird das E eben gedroppt, weggelassen oder eine Oktave oberhalb wiedergegeben. Gut, gehen wir wieder ein bisschen zurück und schaffen Ordnung. Das ist schön, das gefällt mir. Es gäbe auch die Möglichkeit, das ist für Anfänger überhaupt, ich selber verwende das relativ selten, ich finde es auch unangenehm, aber es wäre eine Möglichkeit, die das Cage-System kennen, das wäre das G, hier das C so zu spielen, also den C-Dur-Akkord. Und das seht ihr wieder, also es ist wieder C, E, G, C, E, C. Man könnte auch sagen, ja wäre noch schön hier oben das G zu spielen, dann mangels Finger wird das relativ schwierig, machen wir also nicht. Sonst wäre das gleichwertig, können wir beides machen und du stellst auch wieder natürlich fest, wir haben zum Beispiel dreimal hier ein C, wir haben zweimal ein E, aber nur einmal ein G. Gut, gibt es noch mehr Möglichkeiten? Natürlich, das ist wieder eine Barre-Version und da möchte ich wieder eine schöne Farbe nehmen, jawohl, und dann nehmen wir einfach hier das C, G, C, E, G, C. Und hier hättest du einen Barre-Finger, wenn dir das was sagt, das wäre eine weitere Möglichkeit und jetzt könntest du sagen, wenn du ganz, ganz gut aufgepasst hast, das ist wieder ein Drop-Voicing, weil es ist nicht C, E, G, C, E, G, sondern C, E haben wir weggelassen aus dem bekannten Grund, wir können nicht beide Töne einfach spielen, instrumentenspezifisch. Ein Pianist würde das so nicht einfach freiwillig machen, der hat andere Möglichkeiten, Spread-Voicings und so weiter, nicht das Thema von heute. Und so siehst du also, wie sich diese Griffe abbilden. Und theoretisch könntest du einen D-Dur-Akkord nehmen, dann findest du heraus, der besteht aus D, Fis und A und trägst die Töne überall ein auf dem Griffbrett und du würdest dann schauen, was ist greifbar, was kann ich verbinden und du kommst dann genau auf die Akkorde, die eben einem D-Dur-Akkord dann entsprechen oder auf diese Patterns. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen näher bringen, ein bisschen mehr Übersicht, es ist nicht einfach zu sehen, aber so, wenn man es aufbaut, kann man es sicher nachvollziehen. Tschüss, hat einen schönen Tag.